Willkommen bei einem neuen Video von Stereotec. Heute möchte ich mit Ihnen besprechen, was es denn bedeutet dreidimensional hören zu können und was es bedeutet, wenn Ihre Lautsprecher komplett verschwinden. Wir haben kürzlich ein Video gemacht, wo ich ein bisschen darüber gesprochen habe, wie wichtig es ist, dass Sie einen Lautsprecher wählen, der gut mit der Raumakustik klarkommt und ich habe da ganz kurz angesprochen, was das dann klanglich bedeutet, dass man eben dreidimensional und eben auch in die Tiefe hören kann. Ein Kommentar eines YouTube-Abonnenten war dann, dass diese Erklärung ein bisschen unglücklich war. Ich nehme das Feedback auf und habe gedacht, okay, dann machen wir doch mal ein bisschen ein ausführlicheres Video zum Thema, was es bedeutet dreidimensional wirklich hören zu können. Und da muss man eins mal vorwegnehmen, die meisten Leute, die werden noch nie dieses Erlebnis gehabt haben, vor einer Stereoanlage zu sitzen und wirklich Dreidimensionalität zu erleben. Also wer ein Sonos zu Hause hat oder eine Soundbar zu Hause hat, der hat gar keine Chance überhaupt nur annähernd dahin zu kommen. Jetzt, was es bedeutet dreidimensional zu hören, ist wirklich, Sie können die Augen schliessen, Sie nehmen keine Lautsprecher mehr wahr, sondern Sie sehen wirklich vor Ihrem virtuellen Auge, wie die Musiker platziert sind im Raum, wie die Instrumente platziert sind im Raum, wie Ihre Lieblingsband platziert ist vorne, hinten auf der Seite und Sie können das wirklich im Raum festmachen. Also es ist eine perfekte Illusion. Es ist natürlich eine Illusion, das ist klar, aber es ist eine sehr schöne Illusion, wie sich die Musik im Raum positioniert, eben nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe einer Aufnahme. Und Sie können nicht mehr die Lautsprecher orten, sondern effektiv, Sie können sich auf die Musiker und die Instrumente fokussieren. Jetzt, unser Gehör ist in der Lage zu orten, das wissen Sie, also wenn Sie so machen, dann wissen Sie, aha, das kommt von dieser Seite, wenn Sie so machen, aha, es kommt von dieser Seite, nur deshalb, weil der Schall ein bisschen, bisschen früher hier auf das eine Ohr eintrifft oder auf das andere Ohr eintrifft. So können Sie überhaupt Klänge oder Schall orten. Jetzt bei einer HiFi-Anlage ist es so, wenn Sie zwei Lautsprecher haben und ein Instrument auf beiden Lautsprecher genau gleich laut kommt, dann nehmen Sie das Signal genau in der Mitte wahr, und zwar zwischen den Lautsprechern. Das ist der sogenannte Phantom Center Channel. Also wenn Sie, wie gesagt, ein Instrument haben, das genau gleich auf beiden Lautsprechern reproduziert wird, dann nehmen Sie das genau in der Mitte wahr. Also das ist alles noch relativ einfach nachzuvollziehen. Jetzt ein bekannter Experte in der Industrie hat mal ein Modell so erklärt, was Dreidimensionalität bedeutet. Nehmen wir mal, und ich möchte das hier mal ein bisschen wiedergeben, nehmen wir mal an, Sie sind im Publikum. Hier ist eine Band, vielleicht ein Sänger, ein Klavier, ein Bassist, drei Leute. Sie sitzen in einem Jazzclub und es wird eine Aufnahme gemacht. Dann ist es wahrscheinlich, dass man mindestens zwei Mikrofone vor der Band platziert und Sie hinten sitzen im Publikum und können die Aufnahme live miterleben. Die Musiker spielen, das wird recordet von diesen beiden Mikrofonen. Jetzt wenn Sie zu Hause sitzen und diese Aufnahme wiedergeben, dann haben Sie natürlich keine Mikrofone, sondern die Mikrofone wurden ersetzt durch zwei Lautsprecher, die Ihnen das Konzert dann ins Wohnzimmer bringen. Jetzt haben Sie halt anstatt dieser beiden Mikrofone haben Sie zwei Lautsprecher stehen. Jetzt Quizfrage, wo müssten dann die Musiker stehen? Richtig, zwischen den Lautsprechern und eigentlich sogar hinter den Lautsprechern. Und das ist das, was ich meine, wenn ich von Tiefe einer Aufnahme spreche. Sie haben vorher über den Center Channel gesprochen, also Sie haben die Möglichkeit, Sänger oder Instrumente zwischen den beiden Lautsprechern wahrzunehmen in einem Phantom Center Channel. Aber Sie haben bei einer sehr guten Anlage auch die Möglichkeit, wirklich in die Tiefe, also hinter die Lautsprecher zu hören und so die Dreidimensionalität zu erleben. Natürlich geht das Ganze auch in die Höhe. Sagen wir, wenn Sie eine Kirchenaufnahme haben, mit einer Orgel, mit einem grossen Chor, auf einer guten Anlage, haben Sie dann nicht nur die Tiefe, sondern Sie nehmen den Chor auch in die Höhe wahr. Jetzt, was braucht es dazu, dass Sie so etwas erleben können? Also erstens mal eben ein gutes Stereosystem, also das geht nicht mit einer Soundbar oder mit einem Sonos oder auch nicht mit einem Bluesound einzelnen Lautsprecher, sondern dafür brauchen Sie wirklich ein Stereosystem, also zwei komplett voneinander getrennte Lautsprecher. Wichtig, das habe ich im letzten Video angesprochen, ist die Integration im Wohnraum, also wie Ihr Lautsprecher dann mit der Raumakustik interagiert, weil da passieren die meisten Unglücke. Also da ist es dann oft so, dass eben Lautsprecher nicht perfekt positioniert werden können und sich eben zum Beispiel besser aufblähen und dann ein Ungleichgewicht entsteht in der Wiedergabe bei den verschiedenen Frequenzen. Wichtig insgesamt ist eigentlich eine Sache und das ist Homogenität. Also das bedeutet eine möglichst unverfärbte Wiedergabe. Und das zieht sich durch die ganze Kette hindurch, eben bis zu dem Punkt, wo Ihre Lautsprecher mit der Raumakustik interagieren. Und da stehen und fallen die meisten Anlagen. Da ist es eben auch wichtig, dass der Raum homogen angeregt wird. Also da fangen sich dann die meisten Leute eben Verfärbungen ein, eben indem Bässe aufgebläht werden oder ansonsten der Lautsprecher nicht gut mit dem Raum klarkommt. Das führt zu klanglichen Verfärbungen, die dann die Dreidimensionalität beeinträchtigen. Eben wichtig, jedes einzelne Element der Anlage muss homogen spielen. Also der Lautsprecher muss homogen sein, der Verstärker muss homogen sein, das Quellgerät muss homogen sein, die Kabel müssen homogen sein. An jeder Stelle der Anlage ist eigentlich der Kampf gegen Verfärbungen. Aber am Ende entscheidet sich natürlich, wie der Lautsprecher den Raum anregt und ob das homogen ist oder ob auch das zu Verfärbungen führt. Man kann auch den Umkehrschluss sagen, jede Verfärbung, die Sie sich irgendwo einfangen, sei das eben eine Bassverfärbung, Hochtonbetonung, was auch immer, das macht Ihnen den Raum zu und macht den Lautsprecher ortbar. Also wenn Sie, sagen wir mal, eine Höhebetonung haben, dann werden Sie genau sagen können, ah, das kommt von hier, das kommt von hier. Sie werden die Lautsprecher orten können, aber Sie werden keine Möglichkeit haben, die Musiker und die Instrumente im Raum zu orten. Ich habe sehr viele Systeme gehört in meinem Leben, die einem das Klangbild eher entgegenbringen, eben wegen einer Hochtonbetonung, also wo Ihnen der Sänger immer vorne auf der Nasenspitze sitzt, das alles wird Ihnen entgegengebracht. Aber ich habe auch, muss man sagen, wenig Systeme gesehen, die wirklich zulassen, dass Sie in die Tiefe einer Aufnahme hineinblicken können und diese Dreidimensionalität, von der ich gesprochen habe, wo Sie das wirklich erleben können. Und da sind wir auch schon eigentlich beim Ziel von Stereo Tech. Wir möchten nicht Lautsprecher orten können, sondern wir möchten Instrumente, Musiker im Raum orten können. Wir möchten diese Dreidimensionalität eben auch in die Tiefe, in die Höhe erreichen. Und bei uns ist es so, wenn Sie die Treppe hinaufgehen, dann wird das immer mehr möglich. Also je teurer, je besser eine Anlage ist, umso mehr haben Sie eben die Möglichkeit von Dreidimensionalität oder eben von Räumlichkeit zu erleben. Wichtig dabei, ich habe es erwähnt, ist die Auswahl der Lautsprecher. Da sind nach unserer Meinung herkömmliche Bassreflexsysteme nur dann, zu empfehlen im Schweizer Wohnraum, wenn diese mit genügend Wandabstand platziert werden können. Ansonsten verkaufen wir hauptsächlich eben keine herkömmlichen Lautsprecher, sondern wir verkaufen in erster Linie geschlossene Systeme, Bipol-Systeme, weil diese erfahrungsgemäss im Wohnraum besser funktionieren. Das heisst, den Raum homogener anregen und eben ihnen ermöglichen, dann dreidimensional zu hören. Aber es zieht sich eben, wie gesagt, durch die ganze Kette. Also wir achten bei der Auswahl unseres relativ kleinen Sortiments eben darauf, dass diese Produkte möglichst unverfärbt sind. Und man kann das auch offen sagen, wir haben schon sehr viele Produkte abgelehnt, abgelehnt, weil ich beim Hören oder wir beim Hören gefunden haben, ja, lässt sich sicher gut verkaufen, aber ist einfach so verfärbt, dass ein dreidimensionales Hören unmöglich ist. Und dann haben wir uns entschieden, nein, das entspricht nicht unserer Klangphilosophie und haben deshalb das Produkt abgelehnt und nicht ins Sortiment aufgenommen. Also das sind Dinge, die wir sehr darauf achten, beim Planen einer Anlage, aber auch bei der Auswahl unseres Sortiments. Jetzt, wenn Sie das mal selber erleben möchten, wie das funktionieren kann, wie dreidimensionales Hören dann wirklich klingt, da lade ich Sie gerne zu uns ein. Wir sind in Oster, in der Nähe von Zürich. Wenn Sie in der Nähe sind, kommen Sie bei uns vorbei, dann zeige ich Ihnen, was hier möglich ist. Oder ansonsten kann ich Ihnen nur empfehlen, besuchen Sie Ihren lokalen Händler in Ihrer Region und sagen Sie ihm konkret, Sie möchten eine homogene Anlage hören, die wirklich eben Ihnen auch den Raum zeigt, die Sie dreidimensional eintauchen lässt in Ihre Aufnahmen und schauen Sie mal, was er Ihnen dann zeigt. Ansonsten, wenn Sie, wie gesagt, in der Region sind, freue ich mich auf Ihren Besuch. Buchen Sie am besten einen Termin oder besuchen Sie uns spontan zu unseren Öffnungszeiten. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank und bis bald.